Zwei Aufgaben in Woche 8 sind sehr knifflig. Für die erste Aufgabe habe ich euch schon ein Video gemacht. Und die zweite knifflige Aufgabe ist, erziele drei Punkte bei verschiedenen Tontauben-Schießständen. Und wo diese ganzen Tontauben sind, zeige ich euch jetzt bis gleich. Und zwar die erste Tontaube liegt in der Nähe von Pliesenpark, neben dem Hexenhaus. Das ist dann genau hier. Und dann müsst ihr dann eigentlich nur noch da hinfliegen, eine Waffe finden und dann halt diese Schießstände halt einfach nur treffen. Und ich würde euch einfach empfehlen, dass ihr bei dem Hexenhaus einfach da, als ihr das Fluten geht und dann euch einfach eine Pump holt. Weil Pump ist für die Aufgabe extrem gut und erleichtert auf jeden Fall die Aufgabe extrem. Und wenn ihr dann da seid, dann müsst ihr das einfach nur aktivieren. Wenn ihr dann das aktiviert habt, müsst ihr dann halt filmen und... Ohne Ahnung, ist los. Ich hab mich getroffen. So lange halt bis ihr trifft. Warum trifft das nicht? Also ich war jetzt noch drauf. Okay, das reicht doch, oder? Ja, dann haben wir schon mal eins von drei Tontauben erledigt. Und wir sehen uns dann bei der zweiten Tontaube. Bis gleich. Eine weitere Tontaube liegt dann in der Nähe von Leaky Lake. Genau hier. Und dann müsst ihr dann einfach nur, wie gesagt, da landen, eine Waffe holen und dann einfach nur treffen. Oh, oh, ich hab ne Scope AR bekommen. Das ist nicht so gut. Auf jeden Fall müsst ihr dann das wieder aktivieren. Und dann... Och, Mann. Ja, mit ner Scope AR das zu machen, ist ein bisschen... Ah, ich brauch auf jeden Fall ne andere Waffe. So, jetzt. Aha. Ah, zwei. Och, Mann. Komm. Ich muss dann... Also man muss insgesamt dreimal dann treffen. Wuh. Alter. Nice. Jetzt müsste das klappen, oder? Ja, Mann. Wuh. Zwei von drei erledigt. Und jetzt, Leute, fehlt nur noch eins. Und Leute, in der Nähe von Leaky Lake ist dann noch eine Tontaube. Die liegt dann hier. Und ich bin... ...auf sogar schon da. Okay. Oh, oh. Leute, das ist immer... Nicht gut. Nicht gut. Oh. Wuh. Nice. Good. Wuh. Wuh. Anders. Komm. Auch mal. Ansonsten, Leute, was ist mit dem Video? Diese Drecksscheiße bekommen ich irgendwann nicht mal hin. Ich mach jetzt einfach Selbstmacht. Oh, tschüss.